servus liebe leute heute kein clash real sondern noch mal app like ja ich weiß nur noch mal erwähnen und euch einen kurzen überblick darüber geben wie es im moment aussieht sind gerade bei 78.385 m coins ist schon mal nicht schlecht wir können schon ein bisschen auszahlen lassen mache ich natürlich noch nicht wie gesagt ich will für den 15 euro google playstore noch sparen damit wir den wirklich auf den kopf haben können das ist auch das ziel was wir verfolgen werden den zu bekommen werden wir wahrscheinlich für chests ausgeben oder verlosen das muss ich mir überlegen könnt ihr auch mal reinschreiben ob wir ihn verlosen sollen oder ob ich ihn in chest opening butschen soll dauert eh noch ein bisschen aber wie gesagt es ist echt ein einfacher weg gratis geld zu verdienen oder gratis apple gutscheine bekommen apple gutscheine das heißt sicherlich nicht itunes gutscheine und google playkarten naja ihr müsst es euch nicht runterladen ist auf jeden fall nicht schlecht wenn ihr ein bisschen zeit habt wenn ihr vielleicht ein bisschen auf der couch chillt gerade werbung läuft oder so und ihr auf den film wartet nicht wisst was ihr so lange tun sollt ladet euch halt was runter oder spielt ein bisschen lasst es ein bisschen offen das geht auch eines ist das problem dass euer handy krass heiß wird ist auch mein problem dass ich dann immer auch verfolgen würde und auch hätte das handy oder das tablet dann immer sausa mäßig heiß wird wie gesagt ihr könnt es doch rechnen es wären jetzt 7,80 euro wo ich bislänge drauf hätte ist auf jeden fall nicht schlecht und wenn ihr das wirklich durchziehen würdet könntet ihr auch recht reinhauen mit den m coins mir wird es natürlich auch helfen wie gesagt ich mache da kein geheimnis drum wenn ihr meinen link benutzt bekomme ich eure coins die ihr spielt und ihr bekommt 25% von meinen coins genauso wie ich 25% von euren coins bekomme einmalig bekomme ich dann 250 coins von euch also nicht von euch direkt sondern dass ihr den link benutzt habt ganz gleich hier seht ihr das ein paar mal hier die übersicht seht ihr dass safira unfassbar krass am spielen ist danke an dieser stelle und glückwunsch weiter so und wenn alle das so krass durchziehen würden könnte ich mehr chests opening machen aber müsst ihr wissen ob ihr gratis google playkarten wollt oder sowas ja ist eben seine sache in manchen gefällt es auch gar nicht mehr zum beispiel epa und die gar nicht so zugesagt war war ich recht gut aber es hat halt 100 jahre gedauert um ehrlich zu sein hast halt einen code von deinen abonnenten eingegeben bekommen und dann hat es so 10 punkte gebracht so gefühlt ne ich glaube 100 150 irgendwie soll das mit einer lüge aber auf jeden fall nicht viel aber app like ist ganz gut ist kein product placement tut mir leid ich kooperiere aber im prinzip mit ihnen das heißt ich ich bekomme geld dafür wenn ihr die mcoins und also wenn ihr mcoins erspielt aber nur im herkömmlichen sinne dass ich sozusagen hier was kaufen kann und ich habe noch das angebot bekommen dass ich wenn ihr viele mcoins erspielt 15 euro google playkarte kriegt die ich dann verlosen werde ich denke das ist eine gute sache und schaden tut sie auch nicht und wenn ihr es machen wollt macht es wenn nicht lasst es sein und ja wie gesagt überlegt euch ihr müsst es nicht machen wenn wenn ihr es machen wollt sehr korrekt aber wie gesagt lasst euch zu nichts zwingen und ich würde mal sagen haut mal rein bis dann ein kleines statement video zu und update video statement boah ne kurze zwischen informationen dass es gerade bei diesem stand ist dass ihr euch nicht verarsch fühlt wenn da nur ein video kam und dass ihr einen klaren überblick habt wie schnell oder wie langsam das gehen kann also ich bin zu sagen ich bin aber raus jungs schönen tag noch haut rein bis dann bis dann Bis zum nächsten Mal.